hier ist nur der weg zurück ja ordentlich geht es moment mal da fällt mir gerade was ein auch da habe ich vorhin fantasiert hier war auf jeden fall der knopf jetzt sollte ich mir mal merken jetzt bin ich wieder hier doch im blog ja so zweiter blog tot falls die hier irgendwelche druckplatten und zubere oder so belegen ja das ist der rückweg was stand hier noch mal das ist der rückweg das ist der rückweg noch ein blub das ist der rückweg so wieder eine regeneration anwerfen da wird es zurückgehen da wird es hier zurückgehen da wird es hier zurückgehen das heißt ich habe nur die möglichkeit hier lang zu gehen um mich hier mit dem blog einzulassen das ist der rückweg der rückweg gleichzeitig mit einem blog und einer krabbe das heißt ich muss jetzt wieder den weg dorthin suchen ja ich laufe gerne im kreis so dann hätte ich gerne den pfeil wieder und dann den blub das ist der rückweg so einfach zurückfallen lassen und irgendwas sagt mir das da drüben nichts gut deswegen suche ich nochmal das weite so und gehe dann wieder dorthin und shifte mich da mal durch ein QDCs habe ich ja zur not da brauche ich nämlich keine Tränke so dann muss ich hier durch hier durch so jetzt muss ich nochmal kurz gucken ah ja das war das Shift das könnte nämlich jetzt gleich lustig werden ja kane of clock and Dagger clock and Dagger alternate between invisibility and blade spell This iteration of Cain will render the part invisible to most monsters allowing staff and safe passage Wir sind uns sicher, dass du das sehr schön finden wirst, wir sind uns sehr sicher Zwei Schuriken ist okay Ghost Flame Habe ich glaube ich bereits Ja, werde ich trotzdem mal Zwei Kräuter Ein bisschen was zu essen Licht geht mal wieder aus Äh Nee Also Die Druckplatte können wir leider nichts drauflegen Außer es muss was schweres sein Das ist wohl nicht schwer genug Das auch nicht Und ich merke gerade, ich bin hinter dieser Tür hier Lightning Blade Bist du ein Du bist einfach nur ein Schwert Mit Schockfähigkeit Okay Also die zwei zusammen Machen das auf Okay Du und du Ihr macht nichts auf Ihr drei macht auch nichts auf Jedenfalls nicht, dass ich so direkt was höre Das macht wieder das auf Das macht gar nichts Gut Viel Auswahl habe ich ja jetzt nicht mehr Das ist gut Das ist gut Uff. Mhm. Hi. Mein Problem ist gerade, erstmal ist da eine böse blaue Krabbe. Wisst ihr was, wir haben jetzt so viel Essen. Einmal geht. In der Hoffnung, dass wir hier jetzt nochmal durchkommen. Mit ein bisschen mehr Schadensoutput. Wow. Und uns erschrecken. Weil die es hierher geschafft hat. Puh. Puh. So, nochmal schlafen. Ich habe hier jetzt gerade nichts geaggroht. Also... Okay, mit der Regeneration hält man sich verdammt schnell hoch. Was halt ewig lang dauert, ist die Mana Regeneration von ihm hier. Weil er hat halt schon ziemlich viel Mana. Na. Ja, er hat 235. Sie hat eigentlich mehr. Ernsthaft? Ja. Für ihn hier in diesem Film an.